Herzlich willkommen bei Grünig Enterscreen AG in Schwarzenburg. Wir sind der Komplettpartner, von der Beratung über die Herstellung bis zu Montage und Service. Unser Vertrieb geht auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden ein und zeigt Lösungswege auf. Der Kundendienst erfolgt mittels Telefonsupport und vor Ort beim Kunden. Dabei können die Techniker und Monteure auf ein umfassendes Ersatzteillager zurückgreifen. Die eigene Konstruktions- und Entwicklungsabteilung plant und visualisiert mit modernen 3D-CAD-Systemen. Die Daten gehen direkt an die CNC-Bearbeitungszentren. Die langjährige Erfahrung im Apparate- und Anlagenbau kommt auch bei der Produktion zum Tragen. Grünig Enterscreen AG ist zudem Ausbildungsbetrieb für Automatiker, Polymechaniker und Anlagen- und Apparatebauer. Die Produktion umfasst nebst der Mechanik auch die Blechbearbeitung, die Malerei und die Elektroabteilung. Mit unseren 45 Mitarbeitenden sind wir als Anlagen- und Apparatebauer die kompetenten, zuverlässigen und flexiblen Experten für die Siebdruckbranche und für Firmen aus der Region, die Sonderlösungen für die erfolgreiche Prozessoptimierung wünschen. In der Montageabteilung werden die Anlagen geprüft und abgenommen, bevor Sie auf den Weg zu den Kunden gehen. Die Grünig Enterscreen AG arbeitet teamorientiert und bietet als Spezialist Lösungen aus einer Hand. Sie haben ein Problem? Wir haben die Lösung!